Moin, hier ist eure Nina G. Ich melde mich direkt aus dem Stall, wo momentan so einiges im Argen ist. Denn unsere letzten Einsteller haben großen Schaden verursacht und ziemliches Chaos hinterlassen. Neben einigen Schäden am Stallgebäude hat es die Weideflächen besonders schlimm erwischt. Dort haben die Einstellpferde nämlich ordentlich gebuddelt und aus der losen Erde dann die Wurzeln der Pflanzen rausgesucht. Nun ist der Boden total uneben, wodurch ein erhöhtes Verletzungsrisiko für Mensch und Pferd besteht. Training auf den Weiden, was früher kein Problem war, ist nun kaum noch möglich. Außerdem ist die Grasnarbe komplett kaputt. Die Fläche ist inzwischen vermoost und es gibt kaum noch nahrhafte Pflanzen. Dies könnte man natürlich mit langwieriger und intensiver Pflege der Flächen wieder hinbekommen, aber die Unebenheiten könnte ich nicht so einfach beheben. Also habe ich mich schließlich schweren Herzens dazu durchgerungen, die Weiden neu anzulegen. Wie jeder, der meinen Kanal schon länger verfolgt, sicher weiß, pflege ich meine Weiden seit Jahren in mühevoller und hingebungsvoller Arbeit, die durch diesen Schritt nun vergebens sein wird. Außerdem stellt ein solcher Umbruch ein ökologisches Desaster dar, was nicht gleichfertig verursacht werden sollte. Deshalb habe ich das Projekt genauestens geplant und mit einem ortskundigen Landwirt meines Vertrauens abgesprochen. Ich wollte in diesem Jahr drei meiner vier Koppeln neu anlegen und die Pferde auf der vierten den Sommer überlaufen lassen. Ich hatte damit gerechnet, die neuen Weiden das ganze Jahr über komplett zu sperren. Da ich ja noch einen Reitplatz bauen möchte und der Aushub davon auf der anliegenden Weide verteilt werden soll, wird diese erst später, nach dem Reitplatzbau, neu gemacht. Also, los geht's! Als erstes musste der alte Bewuchs zerstört werden, um die Fläche später weiter bearbeiten zu können und so sicherzustellen, dass das gewünschte Saatgut aufgehen kann und nicht von bereits vorhandenen Pflanzen verdrängt wird. Dazu haben wir ein ökologisches Gift versprüht, welches bis zu den Wurzeln der Pflanzen vordringt und diese unwiderruflich abtötet. Allerdings ist es ein reines Pflanzengift und für Tiere und Bakterien ungefährlich. Deshalb haben wir im März, als das Wetter absehbar trocken war, begonnen. Wäre das Gift nämlich schnell vom Regen weggespült worden, wäre es wirkungslos gewesen, da es ja in die Pflanzen einziehen muss. Das ist ein reines Pflanzengift. 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 Etwa drei Wochen später war das Ergebnis deutlich erkennbar. Hier seht ihr den Unterschied zwischen der unbehandelten und der behandelten Fläche. Ich kann euch sagen, mir hat das Herz bei dem Anblick geblutet. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr. Auf der einen Weide wollte ich den Hügel unbedingt behalten, weil er fürs Muskeltraining bisher ja schon sehr praktisch war und ich gern einmal einen Trailplatz anlegen möchte. In ferner Zukunft. Nun war es Zeit für die Fräse. Damit wurde die abgestorbene Schicht aufgerissen und unter dem nun gelockerten Boden gemischt. So wird das alte Pflanzenmaterial später zersetzt und fungiert als Dünger für das neue Saatgut. So wird das neue Saatgut. So wird das neue Saatgut. Da man mit der Fräse den Boden nur recht grob bearbeiten kann, musste ein paar Tage später noch gegrubbert werden. So wurde der Boden noch weiter gelockert, damit das Saatgut später leicht darin ausgebracht werden kann und die Pflanzen leichter Wurzeln treiben können und genug Luft bekommen. Außerdem werden dadurch die alten Pflanzen mit Wurzelwerk richtig zerkleinert und ordentlich untergemischt, sodass sie schneller zersetzt werden. Dabei wurde der Boden nun auch begradigt. Zirka eine Woche später sollte endlich neu gesät werden. Zum Thema Saatgut wird es auch noch ein separates Video geben, keine Sorge. Aber es gab ein Problem. Der Saatgutstreuer war nämlich zu breit für meinen Laufgang. Also musste der Zaun kurzzeitig weichen. Wir haben einfach die Pfähle ausgehebelt und den Zaun zur Seite gelegt. Nach der Aktion wollen wir ihn schließlich genau wie vorher wieder stehen haben. Jetzt wo der Weg frei war, musste nur noch der Streuer befüllt werden. Alles gut durchmischen auch nicht vergessen. Und schon konnte es losgehen. Was für das concrete ist in der Zeit. tr können wir sie genau die Pfähle verungsgericht. Wir haben ihnen weiß nicht, dass wir sie schließlich ver центriers überhaupt nicht vergessen haben. Ja, wir wollen das Ganze vorher horas aber auch wiederholen. Wir haben einen grossen Teil hin. Die�� charitable mit bullen Gehirn sogar kann. Wir haben nicht zu können wassicht, dalich war allesbundene sind. Wie man sieht, wurde das Saatgut direkt in kleine Furchen ausgebracht und gleich danach wurde der Boden wieder glatt gestrichen. Auf diese Weise hatte ich kaum Saatgutverlust durch Wind oder Vögel. Um den Boden zum Schluss richtig zu versiegeln, dem Saatgut ein wenig Bodenhaftung zu geben und den Boden endgültig zu begradigen, haben wir uns eine große Balze von einem Nachbarn geliehen und die Fläche gewalzt. Ich durfte sogar mit dem Traktor fahren, habe mich sehr darüber gefreut. Mitte April waren meine Weiden also neu angelegt und nun hieß es erst einmal abwarten. Das war es dann auch erstmal für heute. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Video. Also dann, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.